Der bannhammer ist heute voll dabei sehr schön 4 zu 0 hier da gibt es auch keine ausnahmen Nein, geh weg mit deiner Reggie, Alter, geh weg damit, ernsthaft Oh, C4 am Start, Haptic wird ausrasten Hier ist Orbi Oh ich hab den Geist noch, ne? Sorry, mein Fehler, Fehler daran erinnern gleich Dein fucking ernst Noch mal Orbi Los, ich zögern bitte Ich brauch kein Einde OOOOOOOH man nimmt eine xmc und geht mit einem raketenwerfer und geht und jetzt die leute einmal war drüber auf nichts schießen und wieder drüber sieht cool aus hat nichts gebracht weißt du was wirklich schlimm ist du benimmst dich bei mir als mod so korrekt und ich bin so ein assi bei dir aus spaß nimm fa an wenn du mich zwingst schon gar nicht so bewegt sich wie eine wespe und schlägt zu wie nur mit ali korrekt jetzt bin ich gespannt jetzt will ich was sehen les oben ich kann nicht ganz oben lesen ist einfach zu viel nachricht ich da ist der korrekt den wir alle erwartet haben public 5er kd geiles aim ich wüsste euch der haut jetzt seine streaks raus garantiere ich euch jetzt willkommen markus vielen dank für abos jungs konix hat den wächter schon dabei da ist der zerberus vor dem geist vor dem geist juni digga er meckert jetzt schon über sich selber so dann gucken wir mal rüber hier gott juni macht was er kann 6 zu 6 mit der vmp 3 zu 28 das ding ist bei stellung ist es egal ob man 40 zurück liegt oder nicht eine stellung kann so viele punkte ausmachen wenn du bei mir reagiert sind bitte letzte springkommando kombine oder letztes tdm fringe ich werde mal gucken was ich schönes finde ja marius nachjoin ist immer schwierig nachjoin sollte wir auch nicht im public sondern nur hier in dem turnier würde west war es am start seht ihr das meine ich jetzt holen die hier eine stellung paar punkte und schon geht das konnex serverus gönnt sich natürlich das war zu viel konnex spielt großkaliber youtube heute ist alles erlaubt heute habe ich keine lust auf competitive sollte einfach jeder rein join und mal gucken dass solche black ops turniere überhaupt noch stattfinden nächste woche bei competitive wird kein großkaliber kein gar nichts geben sehr klar wer spielt somit ich mache montag ein video darüber also morgen für das vier gegen vier turnier nächste woche und dann müsst ihr euch verbindlich vorher anmelden rigson ich habe niemanden gekickt oder die schreibt mir mal rein werdet ihr für euer team bereit ein startgeld von zum beispiel fünf euro zu zahlen um dann am ende ein preis geld gewinnen zu können das würde mir interessieren ob ihr zu sowas bereit wert bevor jetzt einer sagt ich will mir kohle die tasche stecken das geld würde als preis geld wieder rausgehen geht nur darum dass ihr für euch einen anreiz habt 20 zu sehen gegen emi gute runde hier leckt ein bisschen keine connection kein nichts ja tobias marcus hi grüßt euch das ist viruza 14 zu 9 15 zu 9 ist auch ein einsatz street wir folgen ihm ein bisschen 15 zu 10 in der sekunde gestorben für das turnier leihen könnt ihr euch später anmelden am montag im video linus wenn du mitspielen willst gruppe schäppi beitreten bei black ops 3 und dann wenn das hier durch ist rein join 66 38 ein bisschen trash talk ist auch am start killer krieger hallöchen marcel wenn euer clan heftig ist möchte ich euch nächste woche gerne zu viert als team bei uns sehen wir machen das dann nämlich auch mit einer gruppenphase halbfinale finale und und steht hier 27 das region ist real das denn es gibt einen preis ich werde mal mit meinem fan der designer sprechen die gilt das gewinnerteam würde in intro von mir kostenlos bekommen zusammen mit banner und fanden elf für ein video und wenn wir es mit preisgeld machen natürlich ein preisgeld für die ersten beiden teams hier ich will mein sport mitmachen sneaky ich mache ein video darüber da könnt ihr euch anmelden und dann werdet ihr euch aber verbindlich anmelden müssen sprich wer zum beispiel bis donnerstag über paypal nicht startgeld von ein oder fünf euro bezahlt hat ist nicht teilgenommen und darf nicht mitspielen so hier mal dabei vorbei gucken es bleibt ist natürlich immer toll wenn man es bleibt während hier so eine halbwegs ernstes stellungsturnier ist leute like gerne da lassen abo da lassen wir sind kurz vor den 4000 ln sind so bad möchte ich gerne sehen wie du gegen lightning public spielst und ob du da was reißt visuals hallöchen 15 abos zu den 4000 leute 15 stück pascal grüß dich also was ihr heute mit diesem stream macht leute ist absolut heftig wirklich absolut heftig julius hallöchen gut dass du da bist einmal in den chat hashtag mod wir haben den neuen moderator seit heute glückwunsch julius dadurch dass du oft im stream warst und wirklich sehr sehr nett war es haben uns dazu entschieden dass du dazu gehörst vielen dank dafür cloud hallöchen nick hoffmann haptik ja haptik ist cool pascal willkommen vielen dank für dein abo schizzo wie kann man zwei primäre waffen spielen es gibt die visitenkarte dann kannst du das super mario hallöchen luke was ist ein wort game africke denn klaren kann nächste woche gerne mitmachen einfach morgen video anmelden matze hallöchen 12 subs leute 12 zu den 4000 wer ist der 4000 step dropshot germany willkommen im team die vielen dank kai hallöchen leute neuen abos noch emi spielt hier 45 13 heftig wollen wir drauf gucken vierer streak leckte leider ein bisschen der boss willkommen im team die vielen dank für dein abo muss man geld zahlen text das werde ich mir heute überlegen ob ich den team zum beispiel sage sagt mir gern was eine gute idee ist ich mache die gruppenphase nächste woche vier gegen vier aber jedes team muss sich verbindlich bis donnerstag anmelden und fünf euro startgeld zahlen und die besten beiden teams bekommen den anteil dass das geld grace hallöchen deswegen ist die gegner schlucken bei mir wie grace fieder für ein abo neun stück noch leute neun noch zu den 4000 barney hallöchen ich habe auch habe ich eben gesehen während des streams eine nachricht bekommen von irgendeinem youtube-netzwerk ich weiß nicht was die wollen aber ich kann es jetzt schon sagen ich habe kein großes interesse in irgendeinem netzwerk beizutreten ich will mein mein kram durchziehen vier abos noch leute race ist auch dabei woher die pb latte platte was für eine platte und 122 132 richtig knapp emi spielt hier eine richtig gute runde geiler spiele anscheinend jetzt ist auch die connection wieder da press plan ehrenmänner definitiv preis sind cool patrick reuss drei abos noch leute drei stück nur noch zwei noch leute zwei macht die 4000 kommt haut sie raus 140 zuschauer ja wir sind zwei zwischen 140 und 200 im flieg würde ich so machen kevin ki bist du 4000 jungs 4.000 geil geil vielen vielen dank was oder der lakse lukas willkommen leute let's game ich habe alle dlc waffen heftig leute 4000 wahnsinn grace ich versuche dir zu antworten was ist denn 4k leute heftig sven grüß dich streetie vielen vielen dank krass einfach krass king place kurti hallöchen heute ist einfach nur offenes turnier der kann mitspielen krass grace wenn du mitspielen willst gruppe shabby beitreten das ist nicht so schwierig und dann einfach gleich rein join kornix reißte 10er streak stark super mario vielen vielen dank so geil report wir gucken dass wir alle rein kriegen 10k davon sind wir ein stückchen weit entfernt grace ist ein zufallsteam du brauchst kein team alles klar bei dir davon abgesehen dass morgen montag ist ich habe keinen bock auf montag ich könnte sowas wie heute jeden tag machen der report ich hoffe konix hatte ich glücklich gemacht 79 kills absolut heftig groß mir geht super mir geht es wirklich super unten seht ihr gerade im chat mal welche befehle ihr so unter anderem eingeben könnt jetzt bin ich gespannt ob er die 200 schafft konix ist ein geiler spieler leute wirklich respekt davor der zeit könntest dafür bleiben wir drauf ich würde das gerne sehen er schafft sich ganz er schafft sich ganz aber knapp bitte irgendwann mal von youtube leben ich weiß nicht ob ich mich davon abhängig machen möchte aber ein zwischenziel dass man damit ein paar cent verdient ist ja nicht schlecht kommt man darauf an ob man es macht nur um geld zu verdienen oder ob es ein nebeneffekt ist road to 5k auf dem weg maximieren vielen vielen dank vielen dank fürs kompliment fürs lob also leute vielen vielen dank fürs zuschauen ich möchte es auch gerne ein bisschen einfach so spielen dass wir meinen stream jetzt aus fast vier stunden heute reicht glaube ich auch wieder vielen vielen dank auf jeden fall dass ihr dabei war macht euch einen schönen abend wir sehen uns morgen haut rein